okay schau ich probiere es trotzdem was du hier siehst ist die ganze welt es ist das ganze system es ist der nackte adam und es ist die nackte eva und die schlange dazwischen alles andere ist theater alles andere ist maskerade und verkleidung und theater das hier ist der grundstein der ganzen irdischen kultur dass das herz ja du weißt was das herz repräsentiert the bell hier wie funktioniert eine glocke was ist das die bell ist das system schau ich überlege mal okay ich mach es mal so das hier ist eva okay das hier ist adam okay und zusammen die glocke gebärt gebärt wie nennt man das den ton und der ton ja ich kann das jetzt hier schlecht sein das ist energie das ist der klang das ist die frequenz das ist das kind der klang der glocke ist das kind okay das ist das ganze system darum geht es da steht im zentrum alles andere ist theater das ist diese welt bell bell ist der gott dieser welt verstehst du worum es geht was der geist dieser welt ist vermutlich nicht bis bald ciao